Das war eine super Serie und ein grandioser Einstieg ins neue Biathlonjahr für Franziska Preuß. Die beste deutsche Biathletin dieses Winters und ihr erstes Rennen im Jahr 2024. 7,5 Kilometer Sprint der Frauen in Oberhof. Sehr gut los geht es auf jeden Fall für Janina Hettig-Wals. Die Badnerin wartet ja noch auf ihr erstes richtiges Top-Resultat in diesem Winter. Einmal war sie achte. Der Start perfekt. Null Fehler liegen. Zunächst die Führung für die Deutsche. Gleiche Prüfung für Franziska Preuß. Zweimal schon. Zweite bei Weltcup-Rennen in diesem Winter. Nur auf einen Sieg. Auf den wartet sie noch. Trotz zwischenzeitlicher Corona-Infektion Anfang Dezember ist sie regelmäßig vorn platziert. Ihr Liegenschießen. Tadellos. Läuferisch. Ein klares Plus gegenüber der deutschen Teamkollegin. Preuß löst sie an der Spitze ab. Das genaue Gegenteil. Die Liegenschießanlage von Justine Bresas-Boucher. Die führende in der Gesamtweltcup-Wertung. Gleich der erste Schuss geht daneben. Und dabei bleibt es nicht. Auch der letzte verpasst sein Ziel. Gleich zwei Strafrunden. Fast 35 Sekunden Rückstand zu Franziska Preuß. Alles scheint bereits verloren. Doch wer in Oberhof ganz vorn dabei sein will, der muss im Idealfall bei beiden Schießprüfungen ohne Schwächen bleiben. Wie schlägt sich Franziska Preuß im Stehendanschlag? In 15 Sekunden ein guter Anfang. Nicht schnell, aber okay. Guter Schießrhythmus. Sehr guter Schießrhythmus, würde ich sagen. Ich weiß, du bist etwas kritischer als Schießtrainer, aber das war klasse. Vor dem vierten 1,8 Sekunden. Dann ein bisschen verhalten vor dem fünften. Aber das war eine super Serie und ein grandioser Einstieg ins neue Diathlon-Jahr für Franziska Preuß. Die jetzt hier deutlich, deutlich die Führung übernimmt nach dem zweiten Schießen. Schießtechnisch und läuferisch bis dahin ein Rennen ohne jeden Fehl und Tadel für Franziska Preuß. Jetzt noch die Schlussrunde. Währenddessen kommt Teamkollegin Janina Hettig bereits zum Ziel. Und das wird eine herausragende Platzierung. Vielleicht sogar die beste dieses Winters. Denn ich habe es vorhin gesagt, einmal Achte in der Verfolgung von Lense Heide bislang. Ihr Top-Resultat. Jetzt geht sie erstmal in Führung. War zu erwarten nach den Zwischenzeiten mit ihren Null-Fehlern. Knapp 17 Sekunden vor Julia Simon. Am Ende wird es Platz 5 und jetzt die letzten Meter von Franziska Preuß. Start Nummer 13 bringt heute auf jeden Fall sehr viel Glück. Das ist ein geniales Rennen von Franzi Preuß, muss man schon sagen. Links im Bild, jetzt im Ziel. 19,4 Sekunden noch einmal vor der ebenfalls fehlerfreien Mannschaftskameradin. Vor Janina Hettig-Walz. Und ich bin gespannt, ob sie heute ein bisschen mehr Glück hat als im Auftakt, als es 0,1 Sekunden auf Lisa Vitozzi waren. Auf der Schlussrunde sind der Bayern allerdings ein wenig die Kräfte ausgegangen. Ganz anders als bei Justine Bresas-Bouchet. Zwei Schießfehler liegend. Die Weltcup-Führende schien eigentlich schon chancenlos. Doch dann dieses Finale. Schau dir die Zeit an von Justine Bresas-Bouchet. Es ist ja unfassbar, sie muss geflogen sein auf dieser letzten Runde. Eine unglaubliche Energieleistung, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahnsinn, Wahnsinn mit zwei Fehlern am Ende jetzt doch 4,4 Sekunden voraus. Damit ist also klar, auch in Oberhof wird es nichts mit dem ersten Sieg des Winters für Franziska Preuß. Zu stark einfach die Laufleistung von Justine Bresas-Bouchet. Und auch um Platz zwei muss die Deutsche noch einmal zittern. Das liegt an einer weiteren Französin, Anne-Sophie Chauveau. Nur einmal schafft es die 24-Jährige in dieser Saison bisher unter die besten zehn. Aber in Oberhof, das ist einfach ihr Tag. Ihre Laufform aktuell fast genauso brillant wie jene von Teamkollegin Bresas-Bouchet. Trotz eines Schießfehlers rückt sie immer näher heran an Franziska Preuß. Es wird eine Millimeterentscheidung, so viel steht fest. Noch zehn Sekunden bis Führenden. 1,5 Sekunden hat sich Wurstand gehabt auf Justine Bresas. Aber 4,4 Sekunden hinter der Führenden ist Franzi Preuß zu sehen. Jetzt läuft die Zeit gegen Franziska Preuß. Es wird ganz eng, es wird ein Wimpernschlag-Finale. Und Sophie Chauveau ist am Ende zwei Zehntel hinter Franzi Preuß auf dem dritten Platz. Heute das Glück der Zehntel auf Seiten von Franziska Preuß. Aber großes Rennen auch von Sophie Chauveau. Platz eins und drei beim Sprint in Oberhof gehen also nach Frankreich. Aber auch Franziska Preuß darf jubeln. Über Rang zwei bereits zum dritten Mal in diesem Winter. So kann es weitergehen. Zum ganz großen Glück fehlt ihr jetzt nur noch der erste Weltcup-Sieg der Saison. Vielen Dank.